Das ist krass, dass sie da noch alles gebaut haben. Guck mal, jetzt kommt eine goldene. Das ist eigentlich der Unterschied. Die goldene. Na ja, dass sie eben anders aussehen. Meine Meise. Guck mal, wie das sieht, Papi. Guck mal, da oben ist doch unser Fenster. Sieht auch schön aus. Ja, aber auch für 10 Euro ist es auch okay. Ein bisschen mehr als 10 Euro. Wie willst du das? Nach hin und zurück fährst du jetzt. Wird es 10, 12 Euro. Ja, aber ich habe euch am goffen. Ja, aber ich habe mal. Das ist das, was ich mit dem Otten. Ich bin hierher. Ich bin hierher. Nein, ich bin hierher. Ich habe dich, mir viel mehr Zeit. . 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